Hallo liebe Kinder, wir sind's wieder, die Igel. Christel ist da und Christiane ist da und wir würden gerne heute mit euch wieder einen Sitzkreis machen. Borstel, Borstel, bist du auch da? Ja, ich bin auch da. Hallo. Oh, hallo Kinder. Da seid ihr ja wieder, da freue ich mich. Ach, ich laufe mal zu meinem Platz. Komm, Borstel, setz dich zu uns. Das ist aber schön, dass du auch wieder dabei bist. Wollen wir die Kinder erstmal wieder begrüßen mit unserem Begrüßungslied? Oh ja, sehr gerne. Was singen wir denn, Aline? Ich würde Bin ich aufgewacht und die Sonnenacht vorschlagen. Okay. Zählen wir bis drei? Okay. Eins, zwei, drei. Bin ich aufgewacht und die Sonne lacht, heute schon zu mir herein. Wird's ein guter Tag? Wird's ein schöner Tag? Ja, das kann nicht anders sein. Guten Tag, guten Tag, wünsch ich allen und viel Glück. Guten Tag, guten Tag, grüßt ein jeder froh zurück. Regnet's auf das Haus, macht mir das nichts aus, weil ich trotzdem lachen kann. Bin ich richtig froh, geht's dir ebenso, gute Laune, die steckt an. Guten Tag, guten Tag, wünsch ich allen und viel Glück. Guten Tag, guten Tag, grüßt ein jeder froh zurück. Super, das war toll. Borstel, weißt du was? Wir lassen jetzt einen Luftballon steigen. Oh, einen ganz großen? Einen ganz großen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Schaut mal, Kinder, ich habe schon den Luftballon mitgebracht. Guck mal, und der ist ja ganz weiß. Soll ich mal den Luftballon eine Farbe geben? Passt mal auf. Oh, da habe ich schon eine Farbe. Na, welche Farbe ist das denn? Ja genau, rot, ne? Wir lassen mal erst den roten Luftballon steigen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Mein großer, mein runder, mein roter Luftballon. Er steigt immer höher, er fliegt mir fast davon. Doch an der langen Leine, da hole ich ihn zurück. Jetzt habe ich ihn gefangen, da habe ich aber Glück. So, und jetzt hole ich mal die nächste Farbe. Schaut mal. So, ich mache den mal. Welche Farbe ist das? Genau, gelb. Dann lassen wir jetzt einen gelben Luftballon steigen. Mein großer, mein runder, mein gelber Luftballon. Er steigt immer höher, er fliegt mir fast davon. Doch an der langen Leine, da hole ich ihn zurück. Jetzt habe ich ihn gefangen, da habe ich aber Glück. So, mal schauen, welche Farbe jetzt kommt. Ja, ich habe schon die Farbe. Und welche Farbe ist das? Genau, grün, ne? Okay. Mein großer, mein runder, mein grüner Luftballon. Er steigt immer höher, er fliegt mir fast davon. Doch an der langen Leine, da hole ich ihn zurück. Jetzt habe ich ihn gefangen, da habe ich aber Glück. Genau, und jetzt habe ich zum Schluss noch eine Farbe. Passt mal auf. So, die letzte Farbe ist, welche Farbe? Genau, blau. Mein großer, mein runder, mein blauer Luftballon. Er steigt immer höher, er fliegt mir fast davon. Doch an der langen Leine, da hole ich ihn zurück. Jetzt habe ich ihn gefangen, da habe ich aber Glück. So, hat es euch gefallen? Vielleicht ist ja bei den Kindern auch ein Luftballon angekommen, den wir haben steigen lassen. Vielleicht landet er ja im Garten. Sag mal, Christel, was hast du denn da mitgebracht? Was ist denn das? Huh, was ist denn das? Kinder, manche wissen bestimmt sofort, wie das Instrument heißt. Ich verrate es noch mal für alle, das ist die Gitarre. Ich habe heute meine Gitarre wieder mitgebracht. Ich habe gedacht, wir könnten ja auch mal ein Lied zusammen mit der Gitarre singen. Und wir hatten vorher schon so gedacht, vielleicht können wir ein Lied singen, wo ihr alle mitmachen könnt. Wo ihr das zeigen könnt. Christiane und Aline machen es auch mit. Und ich versuche mit der Gitarre mitzuspielen. Super. Und ich hatte gedacht, wir singen mal das Lied Gottesliebe ist so wunderbar. Okay, dann fangen wir mal zusammen an. Wieder auf drei. Eins, zwei, drei. Gottesliebe ist so wunderbar. So wunderbar groß, so hoch. Was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So weit, was kann weiter sein? So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß, so wunderbar groß. Gottes Gnade ist so wunderbar. Gottes Gnade ist so wunderbar. Gottes Gnade ist so wunderbar. So wunderbar groß, so hoch. Was kann höher, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So weit, was kann weiter sein? So weit, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So weit, was kann höher sein? So weit, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß. Super, das war aber toll. Tschüss! 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 So weit, was kann höher sein? Untertitelung des ZDF, 2020